Hi und willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Jannik und ihr habt mich immer mal wieder in der letzten Zeit gefragt, wo man eigentlich zum Beispiel hier bei ASP.NET Core diese Login-Seite oder die Register-Seite, wo man die bearbeiten kann. Das sind die sogenannten Gerüstelemente und wie du die findest, das kann ich dir auf jeden Fall zeigen. Dafür habe ich hier einfach mal eine neue MVC-App für ASP.NET Core 3.1 erstellt. Hier haben wir unseren Home-Controller und das war gerade die Anwendung, das Standard-Template, was du gesehen hast. Gut, okay, um jetzt diese Gerüstelemente hinzuzufügen, da wir die hier bei Views und Models und so weiter nicht finden, klickst du jetzt mit Rechtsklick einmal auf dein Projekt, dann auf Hinzufügen und dann auf Neues Gerüstelement. Dann wählst du hier Identität aus, denn dabei geht es natürlich um die Login-Seite, um die Register-Seite, um die Profil-Seite und so weiter. Es gehört alles zur Identity, also Identität auswählen, dann hinzufügen. Und jetzt bekommst du alle Gerüstelemente, die es für die Identity gibt. Beispielsweise siehst du hier deine Change-Passwort-Seite. Wenn wir uns hier genug in unserer Anwendung bewegen, kommen wir auch überall dahin. Also Register, Forgot-Passwort, Change-Passwort und so weiter. Um es am Beispiel klar zu machen, möchte ich einfach mal dieses Youth-Another-Service-to-Login entfernen. Dafür brauchen wir also diese Login-Seite und die haben wir in unserem Projekt auf der rechten Seite eben nicht. Wenn ich hier, ich schließe es gerade nochmal, wenn ich hier mal zu Areas gehe, auf Identity, auf Pages, hier sollte das Ganze nämlich am Ende sein. Hier sehen wir es aber nicht. Deswegen jetzt nochmal Rechtsklick hinzufügen. Nochmal Neues Gerüstelement, Identität und dann eben das gleiche Spiel. Suche jetzt hier also nach der Seite, die ich haben möchte und das ist in diesem Fall die Login-Seite. Okay, die finde ich hier. Logout gibt es auch, also schau einfach mal durch. Es gibt hier wirklich viel Register, Confirmation, Register an sich, Reset, Passwort, Tool, Factor Authentication. Ja, alles Mögliche. Und damit das Ganze dann auch für den richtigen Benutzer geht, den wir in unserer Anwendung verwenden, also unserer Benutzerklasse, der Identity-Class, wählen wir hier unten im Daten-Kontext die richtige Klasse aus und da verwenden wir Application-DB-Kontext, da drin ist ja unsere Identity. Dann auf Hinzufügen und jetzt siehst du hier rechts Areas, Identity, Pages, jetzt haben wir was Neues, nämlich Account und da drin haben wir jetzt unsere Login-Seite. Ja und wenn du jetzt noch eine Logout-Seite und so haben willst, dann machst du das gleiche Spiel einfach nochmal. Du kannst da ja auch mehr anhaken und jetzt bekomme ich genau die Seite, die wir gesehen haben, ein bisschen weiter nach unten. Dann sehen wir hier Use Another Service to Login, das ist das, was wir hier sehen und wenn ich das jetzt bearbeiten möchte, dann kann ich natürlich einfach diese Section hier zum Beispiel rausnehmen. Ja, ich nehme das also komplett raus, speichere das nochmal, lade die Seite nochmal neu und jetzt sehen wir, okay, das Use Another Service to Login ist weg. Ich kann natürlich verstehen, dass das eben viele Leute verwirrt, weil diese Elemente erstmal nicht sichtbar sind und man sich immer fragt, wo ist denn die Login-Seite, wo ist denn die Logout-Seite zum Beispiel. Okay, also die sogenannten Gerüst-Elemente. Ich hoffe, dir hat dieses Tutorial gefallen. Denk auf jeden Fall daran, den Kanal zu abonnieren, damit du auch in Zukunft keine Videos mehr verpasst. Und wenn du noch mehr mit mir lernen willst, dann schau dir mal meinen ASP.NET Core-Kurs auf Udemy an. Den Link dazu findest du natürlich unten in der Beschreibung.